grundsätzlich wenig energie von draußen nach drinnen bewegen mit dem trick der wärmepumpe funktioniert im prinzip ganz gut aber manchmal aber nicht zum beispiel wenn ich hier im kältemittel minus zehn grad grad habe und draußen auch minus zehn grad weil dann fließt überhaupt keine energie mehr von draußen nach drin das zweite problem kann sein 9 mal hier wenn mein heizkörper 70 grad gern hätte damit hier schön warm wird in dem zimmer aber das kältemittel nur 50 grad celsius liefert gut also eine möglichkeit ist ich mache verschiedene kältemittel verschiedene druckunterschiede ich kann jetzt hier einfach auf 20 grad celsius gehen dann fließt energie rüber und ich kann auch hier auf 70 grad celsius gehen ja und dann habe ich den heizkörper da wo ich möchte kernproblem ist dann der der wirkungsgrad oder cop wert also wenn ich hier geringe temperaturdifferenz also wenn ich nur von minus 10 auf 50 g bekomme ich aus dem kilowattstunde strom viel drei vier fünf kilowattstunde wärme ja je nach situation wenn ich eine große temperaturdifferenz habe also von minus 20 auf 70 dann tue ich mich schwerer dann kriegt ein kilowattstunde strom drei vielleicht auch nur zwei kilowattstunde wärme je nachdem das heißt also wie aus einer kilowattstunde strom wie viel ich krieg hängt von dieser temperaturdifferenz ab die ich da habe je weniger desto besser gut jetzt ist aber nun mal kalt was kann ich tun die das mit dem heizkörper das lässt sich noch relativ leicht lösen also wenn die wenn der größer ist dann kann der auch mit 50 grad celsius arbeiten also ideal fall ist immer die fußbodenheizung eine riesige fläche aber ich kann auch den heizkörper setzen und dann komme ich hin und hier wäre das eleganteste wäre zum grundwasser runter gehen also ich mache da ich hole mir die wärme aus dem grundwasser immer plus zehn grad kostet geld und das andere ist elektrisch zuheizen ja das ist wie wenn ich hier so einen heizlüfter ein rein baue und der dann weil so oft haben wir nicht minus zehn grad alles machbar kostet alles geld und da braucht man jetzt einen heißt fachbetrieb ja einen energieberater der einem dann sagt ob es klappt oder nicht klappt noch mal so grundsätzlich was wir meistens haben ist so eine luft wasser wärmepumpe da ist vor dem haus hier so ein ventilator und im heizkörper ist wasser also da wird die energie von luft auf wasser übertragen man kann wenn man jetzt wirklich ins grundwasser geht ja dann habe ich eine wasser wasser wärmepumpe die holt sich energie von wasser gibt es dann wasser ab die klimaanlage die wir aus italien kennen die hat hier ein ventilator außen ventilator innen das wäre luft luft und die kann kühlen aber auch heizen also ist egal die klimaanlage ist auch in luft luft wärmepumpe hat jetzt alles seine vor- und nachteile und verschiedene kosten und da gibt es energieberater und heizungs leute